Guten Abend zu den Nachrichten am 8. August 2016 um 20 Uhr. TANUA Die ansteigende Terrorgefahr löste in den vergangenen Tagen eine Diskussion innerhalb der NATO aus, die dazu führte, dass Hilfskräfte im Kampf gegen die Terrororganisation Team effektiv nun am Airport der TANUA postiert sind, weshalb der Flugplatz für zivile Luftfahrzeuge abgeriegelt wurde. Die ersten Spezialeinheiten sind bereits dabei, den momentanen Standort der Terrororganisation ausfindig zu machen. Bis auf einige Verhaftungen von Kleinkriminellen konnten die NATO-Truppen noch keinen durchbrechenden Erfolg im Kampf gegen TE vorweisen. Selbst die kleinen Erfolge werden von starken Verlusten in den eigenen Reihen überschattet. Bei der letzten Pressekonferenz kippte die Stimmung abrupt, als der Kommandant der Operation, Darmin, einen Wutausbruch erlitt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, dass er strategische Fehler im Umgang mit den Terroristen begangen hat. AudioJungle 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 Ihr Maden, dachtet doch nicht, dass wir uns in Luft aufgelöst haben. Wir gingen in den Dschungel, aus dem wir kamen. In dieser Zeit durchlebten die Erstgeborenen eine Phase der Transformation zu Halbgöttern. Euer schönes Leben, das ihr von altes kennt, wird es hier nicht geben. Also vergesst die Partys um die brennenden Mülltonnen und den leckeren Braten-Schaschlick. Das einzige, auf das ihr euch auf der Noah freuen könnt, ist, dass wir euch im besten Fall Blei geben. Denn danach sehnen sich eurem abgemagerten Körper. Wir sind keine Untermenschen, doch wenn wir euch bildungsresistenten Polizisten und Wälder draußen beobachten, sehen wir überall dasselbe. Überall kriechen diese blöden Pisser wie Kakerlaken aus, hier im Verstecken und wollen ein Stück vom Kuchen. Überall sehen wir, wie sie exakt dieselbe Scheiße wieder und wieder und wieder versuchen. Und sie denken dieses Mal wird es anders laufen. Aber es tut uns leid. Neues Schicksal wird sich nichts ändern. Die Sache ist die, auf altes dachtet ihr, ihr hättet eine Chance. Weit weg von uns, auf perfekten altes Insel, dachtet ihr, ihr hättet den Finger am Abzug. Aber hier ist es nun vorbei. Hier gehört ihr uns. Das ist unser perfektes Reich. 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 Vielen Dank.